Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, herzlich willkommen heute zum 14. Westbewerb, deutsch-polnisch und Westbewerb im historischen Kochen. Wir haben ja schon eine lange Tradition hinter uns. In der Zeitung stand das 14. Mal, ich finde es, es statt. Wir haben schon immer spannende Themen gehabt. Angefangen haben wir damals mit dem Kochen nach dem Dreißigjährigen Krieg und diesmal haben wir wieder ein spannendes Thema gewählt, das Thema Reste essen. Reste im Sinne von übrig gebliebenen Übrigweizen, was man dann wieder benutzt, um neue oder andere Speisen herzustellen. Ein, zwei, zwei, vier. Ja? Ja. 1. Platz! Super. Super! Zdjęcia i montaż Musik 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 Kata Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018